Da einige rechtsextreme Symbole und Parolen in Deutschland nicht öffentlich benutzt werden dürfen, drücken sich Nazis oft durch Codes aus. Symbole wie das Eiserne Kreuz oder die Schwarze Sonne werden als Platzhalter für strafbare Nazi-Symbole benutzt und Zahlencodes für Nazi-Parolen. So können Nazis öffentlich miteinander kommunizieren und ihre Ansichten signalisieren, ohne sich strafbar zu machen. Andererseits dient die Symbolik und Codesprache gegenüber Außenstehenden als Machtdemonstrationen und Provokationen. Politische Gegnerinnen und Feindbilder sollen damit eingeschüchtert werden. Auch sollen die menschenfeindlichen Inhalte, für die die Symbole stellvertretend stehen, so im öffentlichen Raum normalisiert werden. Nazi-Codes zu erkennen und ihnen keine glaubhafte Abschreitbarkeit zu erlauben, ist deshalb sehr wichtig. Deshalb hat unser Projekt United die Infobroschüre Braune Wäsche – Rechtsextreme Symbole und ihre Bedeutung gestaltet, die einen umfassenden Überblick über die wichtigsten und verbreitetsten rechtsextremen Symbole und Codes liefert und deren Bedeutung und Geschichte erklärt. Das Heft kann entweder über unsere Webseite bei uns bestellt oder als PDF gedownloadet werden. Auch all unsere anderen Projekte sind auf unserer Webseite zu finden. Links zu allem wie immer in der Bio.